In diesem Video bewegen wir uns mit der Stabübung QIQI auf dem Sechsstern. Wir spüren die Kraft, die Wärme, den Impuls des unteren Menschen. In anderen Videos zeige ich Ihnen den Unterschied zwischen dem oberen System, was mehr nach hinten zieht, und dem unteren System, das Freude hat an diesem Vorwärtsgehen und wenn man das ein bisschen aus dem Körper raussetzt, dann läuft der quasi hinterher, ohne dass ich viel dafür tun muss. Und dieses System, das reagiert einerseits auch auf unser Denken, ich kann es mit dem Denken aktivieren, oder auf die leichte Spannung im Körper. Und wenn wir jetzt bei dieser Übung dieses Verdichten und Wiederlösen haben, dann können wir versuchen, das mit dem, mit diesem Energiesystem, das gerne laufen will, in Verbindung zu bringen. Also ich fange an, zum Beispiel so, dass ich entspannt hier diese Übung habe, dann führe ich den Strom herein ins Verdichten und lasse ihn nachher wirksam werden, dass er mich den ersten Weg vom Sechsstern trägt. Dann kommt, und dann löse ich das Verdichten und lasse das Lösen mich bewegen. Verdichten und irgendwann kommt ein Moment, jetzt will es unten los, jetzt trägt es mich. Jetzt trägt es mich. Und immer diesen Impuls unten aus der Stabübung holen. Verdichten und lösen. Verdichten und lösen. Verdichten und lösen. Und das jetzt nicht nur in Bezug zum eigenen Körper, ich verdichte und löse, sondern das Verhältnis, also mit dieser Übung zum Äußeren haben, noch mit in dieses Körpergefühl mit hineinnehmen. Versuchen Sie beim Ausführen dieser Übung erst dann loszulaufen, wenn der Strom oben so entlassen ist, dass der Fuß von alleine anfängt, auch laufen zu wollen. Oder wenn es unten sich löst, dass dann der Körper laufen will. Also nicht schon loslaufen, wenn man meint, jetzt kommt es. Sondern warten. Als ganz wichtiges Prinzip in Deutsch-Me. Warten können. Bleiben Sie frontal bei dieser Übung, damit Sie auch den Aspekt, ich laufe in diese rechte Seite, ich laufe in diese linke Seite, ich komme zurück in meine Mitte, auch körperlich spüren. Und das haben Sie nicht, wenn Sie die Richtungen beim Laufen ändern.